und zum Wetter für Berlin und Brandenburg. Es gab heute viele dichte Wolkenfelder, es war auch immer wieder nass und ein Tiefdruckgebiet nördlich von uns. Das beeinflusst unser Wetter auch jetzt im Moment noch mit dichten Wolken, die aber mehr und mehr abziehen werden. Dann kommt in der Nacht zu Sonntag noch mal ein Tief, das auch recht kühle Luft bringt, dann am Sonntag selbst, aber wird diese Warmfront hereinziehen. Und dahinter kommt dann deutlich wärmere Luft als im Moment. Das heißt, die Temperaturen werden sehr stark ansteigen. Und für die kommende Woche bedeutet das dann Höchstwerte von Temperaturen um 8, 9 Grad. Und dabei scheint es dann sogar eine ganze Weile auch zu bleiben. Jetzt in der Nacht ziehen aber erst einmal die letzten Wolken mit Schnee nach Nordosten weiter, dann lockert es auf, gibt immer noch kompakte Wolkenfelder. Im Süden sind ab und zu die Sterne zu sehen, da wird sich dann aber auch rasch Nebel bilden. Und es wird noch mal kalt sein morgen früh. Die Temperaturen liegen meist bei minus 1 bis minus 8 Grad. Und das heißt, es kann hier und da zu gefrierender Nässe kommen. Liegt ja verbreitet etwas Schnee, der zum Teil auch dann am Tag heute angetaut war. Morgen Vormittag geht's los mit vielen dichten Wolken, zum Teil auch noch mit Nebel. Wenig Sonne Richtung Lausitz. Im Laufe des Nachmittags werden sich die Wolkenlücken im Südosten schließen. Dann vom Haveland bis zur Prignitz kurz Sonne. Meist aber bleibt es stark bewölkt. Und die Temperaturen steigen zum Nachmittag auf minus 1 bis plus 2 Grad. Der Wind dazu ist überwiegend schwach und kommt aus westlichen Richtungen. Die nächsten Tage bleibt erst einmal bei diesen dichten Wolkenfeldern. Sonntag im Laufe des Nachmittags auch Regen. Wo der aufgefrorenen Boden fällt, kann es zu gefährlicher Glätte kommen. Das ist stellenweise zumindest der Fall. Am Nachmittag dann um die 2 Grad. Montag und Dienstag 5 bis 7 Grad und trocken. Das war's.